So Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Heute FNCS. Und zwar habe ich heute mit Xerox gespielt. Das war wirklich ein Last-Minute-Duo. Ich habe, glaube ich, 5 Minuten, bevor der Cup losging, mit ihm geschrieben. Und ich bin auch erst 40 Minuten danach Champ geworden. Das heißt, vorher konnte ich den Cup gar nicht spielen. Also mussten wir late starten. So 40 Minuten ungefähr. Wie das Ganze für uns ausging, seht ihr im Video die Standings wieder am Ende. Und ich würde sagen, falls ihr noch neu seid, lasst direkt nochmal ein Abo da. Dann werden euch auch die nächsten Videos wieder in der Abo-Box empfohlen. Und danke an jeden Einzelnen, der meinen Creator-Cook benutzt. Dafür einfach den CodeRapnik im Shop. Und das war's. Das ist sehr, sehr nice der Support. Danke dafür. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem Video. Also, viel Spaß. Einer ist hier, einer ist hier direkt zwischen uns. Was? Komplett hin. Oh, mir, oh, mir, oh, mir. Wir haben ihn lost. Ja, 3, 2, 1, go. 100, 160. Also 130. Down. Nice, der andere hinten. Anders rift, 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 rift. Der soll sich irgendwo da vorne campen gerade. Den Busch auf jeden Fall. Doch, ein Busch. Oh mein Gott. Wollen wir das holen? Ja. Ja, ja, holen. Ich mach direkt auf, okay? Okay, ja. Nice. Pass auf, links, links, links. Ja. Ist gut. Aber hast du irgendwas bekommen? Ich brauche echt wenig mehr jetzt. Ja, ich hab Pols bekommen, hier. Okay. Dann lass uns gleich mal in den Zone gehen, oder? Wir müssen links durch den Berg. Ich laufe einfach, komm. Ja, ja, komm, wenn ich voll gehen. Ich brauche, dass sie nicht rein editieren. Ich kann eine Metallbox machen. Ja, mach mal. Ich hab nur noch Holz ab jetzt. Komm, lass lass uns hier. Da rein? Ja. Komm, wir mal rein. Go. Das ist so dumm. Komm. Ich hab noch eine Wand. Das ist zum Stein hier. Es geht weg, es geht weg. Hast du noch ein bisschen von Metz bekommen? Kurz sehen. Tot, 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 tot. Ich hab alles, hab alles, hab Metz, hab Metz. Ich hab zu dir, ich hab zu dir, ich hab zu dir. 140 bei mir. Dead. Ich brauche den Finnschleid. Ja, ja. Ich geh für den Metzplay. Ich hab reingetalkt. Ist ein bisschen Scaff da, aber am Anfang. Ich weiß, ob ich hier durchkomme. Bin cool am Talken. Sind beide drinne. Okay, perfekt. Andere Seite, ein Solo. 1 HP, tot. Richtig, wichtig. Richtig, wichtig. Komm hier, können wir schauen? Ich, ich, ich hol den Edit, hab den Edit. 100, dead. Richtig. Ich hirn mich. Komm weiter. Ich guck da unten nochmal. Ich gefe mir kills. Ja, komm jetzt mal in Zone. Okay. Zone, ich komm im Letz vor. Warte mal. Ja, lass dir einfach kurz. Hier im Letz? Komm einfach auf Heid. Komm, guck jetzt mal an. Was ist das denn? Ich hab ihn. Full Piece. Dead. Ja, und das im Endgame. Witzig. Dead. Ich spate, ich spate, ich spate. 100. Dead. Jungen, was ist das für eine Lobby? Keine Ahnung, Mann. Ey, Mann. Ich guck einmal auf Heid hoch. Da ist so ein Solo mit Holz am Rampen. Ja, das ist ein bester Job. Geh mal unten wieder. Habe auch eine Strike gefüllt. Habe ein Knock hinterm Berg. Second Main? Ist keiner Second Main gelandet? Ne, 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 die sind, da sind wirklich, oh Gott. Da sind wirklich, der Rest da einfach. Hä? Komm mal ganz schnell. Zahn die rein. Die werden jetzt full gewinnt. Wir können die da holen. Vielleicht. Crack 30 White links im Wasser. 29 White. Auf dem, den du geflankt hast. Crack 30 White. Dead, 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 dead. Bis dahin können wir safe laufen einfach. Blöd. Ja, ja, komm. Okay, lass mich holz gehen. Was sind die Rutsche? Wir werden gespalten von unten drauf. Okay. Hast du noch Mats für mich? Ich hab nicht so viele. Ja. Oder soll, ich kann auch kurz vorbein, sonst. Ich muss einfach nur geradeaus machen. Hast du in Ordnung? Äh, dead bei mir? Ist doch gut. Crack 30 White dead. Kick mir da aus. Ja. Ja, ja. Habt ihr auch? Ist raus. Ist tot, ist tot. Oder? Pass auf, unten. Wir wollen B-Pressen. Wir können halt, komm, W-Press. Okay. Die sind durch, die sind durch. Kannst lassen, kannst lassen, ja. Ich gucke mal rein, lass mal rein gucken. Die bauen Wounds nur. Ich kann nur fight, ich kann nur fight. Ich sprake die gerade unter, die fallen leicht, die fallen. Und die sind connected. Ich hab fight, ich hab fight. Hast du safe? 100 top fight. Ich hab nur Mats. Cracked. Ja, das ist bei der 1, der schon fight. Ja. Hast du noch Bills? Egal, Top 5 ist gut. Ich hab richtig viele Boxen bei mir gemacht. Rot gepumpt. Bin aber safe. Ja, Spash and Flo. Die wollen unbedingt. Ja, Spash and Flo, wenn du zu mir kommst. Okay. Und da. Halt, du halt, beide dann. Hundert. Ja. Digga, was ist denn das? Die geben dir 40 Damage oder so. Und sind so heiß darauf zu W-keen. Jo, der eine ist wirklich abs- Ich bin boxed. Komm, oh Mann. Der ist 60 AP hat er ungefähr. Weiß. Du musst glaube ich schnell runter. Ich weiß, ob der andere spielten will. Nee, nee. Alles gut. Oh, schade. Lass das vielleicht einfach oben rüber, ja. Wollt, wollt, wollt. Das soll mal lang gehen, oder? Ja, ja. Hab den Finish. Gleiches noch. Ich hab noch gute Mets danach. Ich hab nur noch 270 Vols. Okay. Lass mich los. 100. Wollt, wollt, wollt. Komm. Warte, lass ihn los. Ja. Mach das. Ab Blut, Ab Blut, Ab Blut. Geh rechts durch. Boah, ist krank, aber auch. Wir sind in sein. Wir können nach oben. Wir können noch warten, wir können noch warten. Komm, wir holen es noch, jetzt mal. Hier mit den Tal. Und lass uns einbauen. Jetzt mal, komm. Hey, fight it gerade. Ja, unter dir, der, 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 der legt, wir nehmen. 134. 135. Wichtig, ich bin bei dem. Ich tab weiter. Wir sind hoch. Die haben meine Wald hier. Komm runter, komm runter. Deine Mund, Nerva. Hast du Splashes? Das ist auch ein Team, ja ich hab Splashes. Kommen wir durch. Komm du durch. Ich habe auch ein Stück sprinten, Nerva, nur. Müssen nicht mehr viel bauen. Ne warte, warte. Da hier spinn, spinn, spinn. Hier. Guck auf Eigerland ein bisschen. Naja, ich hab den Blue Bad komplett verloren. Blue Bad komplett. Wir müssen droppen. Komm, komm, komm. Drop hier full. Ich hab hier noch mehr. Ich bin deckt bei dir. Okay. Ich hab nur noch 30 mats. Hier, hier, wir droppen nur die. 180 oder so. Das ist wirklich sehr low. Hier, ich hab die Wohle. Komm mit. Dead. Die mats sind runter, die mats sind runter. Ja, wir können dafür gehen, komm. Ja, ja, kann jetzt. Oh Gott, was ist das denn? Kommst du wieder hoch? Ich komm hoch, ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich hab null Beals, null Beals. Du musst spawnen. Und dann komm noch zu dir. Ja, ich bin mit dir. 40. Nimmst du die Hälfte, bevor du gespielt bist oder so? Ja. Hier, viele Heals. Pass auf, ich wurde full beamt. Ich geh dafür. Was macht der? Geh an den Sonnen, gehen an den Sonnen. Ja. Unter mir direkt, komm ja? Ja. Okay, geil. Ich muss zielen. Ich muss alles reloaden. Ich hoffe, Sonnenpult dahin. Ja, Sonnenpult zum Loot. Sonnenpult zum Loot. Okay, perfekt. Warte. Hier wird ein Typ unter uns langlaufen. Komm ja, Spray dich, ich rappe uns sonst. Ja. Dead. Nice gemacht. Willst du reingehen? Nee, nicht rein. Warte, warte, nein, nein. Ich hab die Wall. Warte, lass es, lass es, lass es. Raus, raus, raus. Geh rüber einfach, einfach rüber. In dir. Dead. Nice. Okay, ich mach zu 100. Nice. Hier. Full Max. Dead. Nice. Okay, geh durch. Mach zu. Ich bin weiter, ich bin weiter, komm. Er sagt euch schnell rein. Ich hab 200 Mads. Ja. Ich mach ihn edit auf. Ist keiner, alles gut. Geh weiter. Dead. Geh für den Mads. Ich hab vier Metal Walls. Speed, speed, speed. 20. Geh weg. Komm, 100, 100, 100. Ja komm, geh kurz vor. Ja. Okay. Hast du Green Heal? Ich hab dir viel, viel gelobt. Nee, nee, gar nicht. 100? Du bist One, du bist One. Pass auf. Ja. 100 habt den unter uns. Wir haben ein Edit. Oh, 180, dead. Nice, wichtig. I dropped the clip. 160 hier. Komm her. Einfach rein. Tot, tot, tot. Wichtig. Wie viele sieht aus? Ich bin inzwischen den beiden. Ja, du bist alleine, du bist alleine. Ich hab keine Metz. Oh, ja gut, das war's zweiter. Boah, was ist ein Gamer? Eine Runde, was ist ein Gamer? Ich glaub, wir sind so eine Qualt jetzt. Fully stacked, scheinbar gibt's keine Keygames in der FNCS. Ich sag, die fangen auch alle erst gleich an, so richtig. Weil die alle so ein bisschen den Keygames ausspielen wollen. Oder vielleicht sind wir, warte, vielleicht sind wir auch gerade mit voll vielen Leuten in der Runde, die gerade an der Grenze sind. Und deswegen komplett ausspielen wollen sowieso. Weil die fast Qualt sind. Ah, ja. Oh. Warte, was? Hier, grab Federer. 100 damage. 50. Ah, I think 140. Ich hab keinen Eling mehr. Das mach eins zusammen oder so. Ja, hier. 130. Gut. Richtig. Lass da links über Grappeln kommen. Folgen wir. Und beide direkt. Wir müssen jetzt für Surge schauen. Schauen wir für Surge. Wir können Late-Game, weil wir den Grappel haben. Willst hingucken. Beam da hinten. 30 Crack. 30 Crack. Auf beide. Nice. Lass nochmal, lass nochmal Head Grappeln und dann wieder gucken. Komm. Okay. Ich mach einfach straight auf. Ja. Ich geh hoch. Weit oben. Ich kann nicht sladen. Ich bin... Es passt mit dem Layer aber. Ich hab komplett weit eingebaut. Ja. So, geht Fahrt. Wir müssen wieder Grappeln gleich. Wir sind drüber, wir sind drüber. Erstmal. Dead. Nice. Lass uns. Lass uns. Oh Gott. Wir gehen einfach. Wir müssen den ganzen Berg hoch. Denk dran. Ja. Oh mein Gott, ich hab Voice Crack. Ich bin Front or Laurent. Willst du zu mir kommen oder sag ich hoch? Äh... Ich komm mit dem Lundhub zu dir. Okay. Pass auf, die Doppelschmähnen hinter dir. Hier nimm noch ein bisschen. Ich geh, ich geh, guck, 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 guck. Lass links vom Laufen, oder? Crack bei mir. Komm mit. Hol die Metze, komm mit. Aber wir müssen bei dir jetzt, wir müssen bei dir jetzt lang. Einfach straight durch. Okay. Hier komm mit. Einfach hier durch, hier durch. Ganz schnell. Hat gepasst. Perfekt gemacht. Hier ist ein Team. Ich hab ne Wall hier. Und jetzt? Ich fiel ich. Unter dir, unter dir, unter dir. Raus, 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 raus. Komm nach vorne. Ich hab nicht mehr viele Metz. Ja. Ich hab noch Capwood hier. Warte, kannst du ein bisschen machen? Ja. Ich versuch's halt in Woodtop. Einfach rechts durch. Wir müssen über die ganzen Buildings rüber, von den Leuten hier. Tot einer. Fein. Du musst schnell kommen wegen Sound. Ja. Ich mach hier auf, vielleicht läuft jemand. Warte. Ja, noch einmal drunter. Seid 80. Full Box. 1 HP. Tot. Wir müssen da rein. Lass da durch, lass da durch. Rechts auch. Rechts auch. 1 HP. Komm da. Da rein. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Und so und. Das ist top 2 schon. Ist es schon, lol. Ja. Och, Digga, wahrscheinlich keramter mich da noch. Der hat stark gemacht. Stirb da eine bitte in den Storm bitte. Ah, schade. Du hast viele mir jetzt einfach überbildet. Naja, ich hätte es trainiert, aber... Ah, schade. Ich hätte es wahrscheinlich eh nicht mehr gepackt. Daaa... 86 gerade. Das letzte Game läuft noch bei den meisten. Ich schätze mal, wir werden so auf 170, 200 jobben. Irgendwie sowas. Aber völlig in Ordnung finde ich dafür, dass wir late started haben. Und das letzte Game, warum war das eigentlich stacked? Das hätte eigentlich ein kompletter Game sein müssen. Kann auch warum alle ausgespielt haben. Aber komplett stacked und wir sind trotzdem noch zweiter gewonnen.